Royals nutzen Kleidung, um Botschaften zu senden, von Dianas ikonischem Revenge-Kleid bis hin zu Cates und Charles' durchdachten Outfit-Wahlen. Kaum ein royales Outfit ist so berühmt wie Prinzessin Dianas 36, Revenge-Kleid von 1994. Dieses schwarze, figurbetonte Cocktail-Kleid, entworfen von Christina Stamboulian, trug sie zu einer Benefiz-Veranstaltung, am selben Abend, als Charles damals seine Affäre mit Camilla eingestand. Dianas modisches Statement wurde als kraftvolle und elegante Antwort auf die Demütigung interpretiert, wodurch das Kleid als symbolische Rache galt und ihre Stärke und Unabhängigkeit demonstrierte. Auch heute senden Royals noch Botschaften durch ihre Kleidung. Karte lässt Mode sprechen Prinzessin Kate, 42, überraschte kürzlich bei der Trooping the Color Parade mit einem weißen Kleid von Jenny Packham, das sie bereits während des Krönungswochenendes getragen hatte. Modebloggerin Susan Kelly erklärte, dass Karte da mit Respekt für König Charles, 75, zeigen wollte. Ihre Platzierung neben dem König und die Wahl des bekannten Outfits betonten ihre gemeinsame Unterstützung und Verbundenheit füreinander in schweren Zeiten. Nach ihrer Krebsdiagnose wandte sich Karte mit einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit, in dem sie einen gestreiften Pullover trug. Dieses Outfit hatte sie schon bei glücklichen Anlässen, wie eine Reise nach St. Andrews, wo sie Prinz William, 41, kennenlernte, und bei einem Fotoshooting zum fünften Geburtstag von Prinz Louis, 6, an. Damit sendete sie eine Botschaft der Zuversicht und erinnerte an positivere Zeiten. Karte bei der Trooping the Color Parade.Royals nutzen Kleidung bewusst, um Emotionen und versteckte Nachrichten zu vermitteln. Karte trägt zum Beispiel auch oft Schmuck von Lady Diana, um ihrer bei bestimmten Anlässen zu gedenken. Auch Herzogin Meghan nutzt Schmuck ihrer verstorbenen Schwiegermutter öfters, um damit Statements zu setzen. Auch Charles sendet modische Botschaften. Bei einem Besuch im University College Hospital Macmillan Cancer Centre trug König Charles eine rosafarbene Krawatte mit Dinosaurier-Motiven, ein Geschenk seines Enkels Prinz Louis. Diese Kleiderwahl lockerte die ernste Thematik auf und zeigte Charles' positive Einstellung und gute Laune. Immer, wenn er sie trägt, geht es ihm gut, und er ist guter Dinge, meinte der Palast-Insider Robert Hartmann dazu.